hui dann machen wir doch noch mal ein kleines video mit euch und somit herzlich willkommen zu meine kraft und ja ich bin noch hier beim date house und er wollte eigentlich wieder kommen es ist jetzt 1 uhr nachts 1 uhr genau zu sein ich denke er kommt nicht wieder aber er hat mir irgendwie ein normales dass er die wolle braucht ja was so dass jetzt da nicht hin das ist ja noch eine tasche ja habe ich hier noch muss ich erst mal unterdorf rein gehen zum bahnhof und dann und schon sind wir da hervorragend das ist auch ein bisschen müde schon ist auch nicht unbedingt die beste zeit jetzt noch mal zu spielen so jetzt muss ich zum genau einsteigen und zurückbleiben schließen selbsttätig fahrt nur noch alleine Die Dornen immer wieder zu wollen. Und die Ola hat mir dann gekürt. Ich glaube, ich muss das jetzt etwas drauf sein. Das ist jetzt gut. Und die brauchen. Das ist jetzt noch der Wurzschule. Dann haben wir das wieder schön. Und dann vielleicht noch die Wurzschule. Dann werden darf und die abwärts. So. Alles gut. Das ist so eine lange Strecke. Das ist eine lange Strecke. Das war. Okay. Das geht so. Und hier sind viele Masks. Ja, das war eine Blutatischer Serie. Das ist kein Schicht. so und wer da gucken dass ich mal mit mitnehmen wir mitnehmen so wie baumwolle ja hier ist genau die ecke und keine schere haben am start habe also wir zu machen sind welche drin wolle wolle von jedem gewollte quatsch war dahin so von mir ist ein sortiert dann ist es noch ein bisschen das kratz ist keine schere drin scheiße sind ja gar nicht keine schere drin auch eine schere natürlich meine hütten schere ist keine truhe schere und da und da und da und da kommt ihr nicht wieder runter hallo hallo runter ich glaube hier mit einem back ja kann das sein ich komme hier runter so kommt er nicht wieder runter das ist merkwürdig das ist sehr merkwürdig auf jeden fall hier war nichts mit scheren hier schere ohne schere ohne schere verdammt so kann schere ach je keine schere am start ja aber ich liebe es klassen so und eine schere und keine eis in der tasche Oh, hier was? Ich glaube, hier ist noch gar nichts fertig. Hier ist noch nichts entstanden. Hier ist es noch ganz am Anfang. Okay. Viele Rohprojekte. Geht nicht euch die Ohren. Ohren voll, das habt ihr jetzt davon. Ihr mich jetzt nötig, dass ich noch weiter spiele. Ich baue doch nur eine Schere. Aber das wird nichts sein. Klasse. Das hat noch eine... Oh ja, voran ist vielleicht noch ein bisschen mit für die Wufis. Oh, wow. Ich baue doch noch eine Schere. das stand okay so heilig dazwischen hier ist alles gerettet gut noch mal so eine zweite scherze ich sage mal wolle verschiedene farben aber keine weiße volle ich weiß wo ich also das sind die questrundes das ist das ist jetzt aber die ein paar schön das lager werden aber im bestehenden augen verloren mit das wäre nix mehr Nix da. Na gut. Muss mit der Schere jetzt mal gehen. Aber es wird dunkel. Sollt erst mal ein bisschen schlafen. Schlafen gehen. Hier oben vielleicht noch was. Platten sind hier nur. Das ist so ein Bett. Hier oben. Wollen wir mal betten. Ich finde hier ist wenig Licht. Hier schlafen. Was ist das? Na gut. Ich muss mit der Schere jetzt mal lang. Warte mal. Wir haben ja noch hier im Dorf ein Schmied. Vielleicht der noch was Eisen. Da möchte ich noch ein bisschen mehr Schere machen. Aber mit der Schere komme ich nicht besonders weit. Das ist eine Schmiede. Das ist der Schmiede. Das ist der Schmiede. Das ist der Schmiede. Der ist kein Eisen mehr. Der kann Eisen. ist das was du da achten als handen pflanzen schon die müdigkeit ein bisschen man sucht und sucht ein bisschen das ist eine alte stufen ganz einfach stufen sind wir haben nicht mehr supporten mal hier hinein da was ist gesteine da oben nichts weiter oben und zwar tun exakt verdammt was hinterlassen 6 so enttäuschend 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 er hat ja gar keine drohe sehe ich gerade und dann gehe ich auf gar keinen fall und da komme ich wieder aus ich muss mein handy holen moment okay Alles klar, er hat sich gerade abgemeldet. Das heißt, er kommt nicht mehr. Also auf jeden Fall schaffen wir trotzdem noch die Wolle. Und dann... Wo ist noch ein Ei? Dann sind wir mit dran. So, gehen wir mal Schere mit Baumwolle. Schlepp, 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 schlepp. Schlepp. Aber solange die Schere funktioniert. Hier ist der Fünftige, gutes Bett. Ja, das hat wir früher machen. Ja, das hat man noch Bettelbaum. Schlepp. Komm her, ne? Wo war noch ein paar mehr? Scharf ist. Viel zu wenig scharf ist. So, dann verbrauchen wir mal ordentlich. Das wird hier wieder richtig voll ist hier. Auf jemand? So, alle, okay. So, dann fängt er hier wieder. noch ein bisschen mehr auf hier. Also. Hup. 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 Jetzt mal die Tscheche voll sind. Hup. 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 dann passt das mal jetzt hier mit nichts zu holen wieder ein bisschen essen es dauern eine weile woher haben wir denn aber noch platz auf den ein bisschen schlafen dazu muss ich jetzt mal treide wohl hatte nicht viel das zu wenig es sind mir erwartet hier recht gut noch da ernten wir mal schnell so pflanzen natürlich sofort wieder neu es ist heute sofort aus was sie echt schnell pflanzen das ist sofort an auszutrocknen hier dieses jahr das eine hohe habe ich hier nicht am start völlig hier keine hohe drin hier rein gehört so zack schade kein werkzeug ist hier ist es auch doof das ist du für der bau was wir wieder heil machen hier hat eine dann kommen wir uns mal eben schnell drum drei glauben ihn auch noch so ach so der bau wieder samen das ist echt es ist immer das unterwässern sozusagen aber das eben halt nicht mehr passiert und hier muss wasser hier der nähe hin und die felder nicht austrocknen muss man hier den maschinen noch optimieren so kommt das zu klein ist so sind die an dich da als richter sollte wahrscheinlich automatisch sammeln bringt genau funktioniert nicht so wenn ich so richtig funktioniert so was sollst du die körner mitgenommen wollte ich nicht ich muss mal freche rein so jetzt später nacht haben wir im bett hier aber wetten schlafen ok das muss ein bisschen fleisch da interessiert alle die schweine die schweine wird glücklich haben wir schweine da haben wir noch mehr schweine schweine das ist ein schweine das war alles ein schweine noch mehr schweine ok das war es jetzt die kühe wo ist das jetzt weiter im dach jetzt sind die kühe dann hey macht euch glücklich so habe ich alle? habe alle ok glaube ich das hätte nicht mehr so glücklich sein so nicht voll kann ich einsammeln hm 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 k hm 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 تى also eine kuh, die Kuh möchte nicht. Gibt es nicht zu wollen? Hier, das Kuh 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 Kuh, der ist nicht zu wollen. Jetzt ist es nicht zu wollen. Eine Kuh die ich möchte, da wird ja nicht. So. Fangen wir wieder um die Schafe. Dann reichen wir rein hier. So. Lassen wir hier durch. Durchlassen, durchlassen, durchlassen. Durchlassen, durchlassen, durchlassen. Jetzt kommen wir nicht durch. Jetzt kommen wir nicht durch. Überleute, 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 überleute. Ich muss den Lüb freischneiden hier. So. Das ist ein Bug, der mich hier zurückhält. Ist das los? Ich komme nicht mehr durch. So. Und das. Jetzt. So. 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 Ich muss das neu reunieren. So. 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 so war es dass wir hier aus der karte kann ja wieder zurück zum Okay, dann lassen wir mal durch, dann bringen wir erstmal die Sachen, die ich jetzt gerade z.B. die Hoh, die wird hier hinten hin, dann packen wir hier rein, oh oh oh, da ist hier, zack, weg ist hier, okay, da hinten, könnten wir noch ein bisschen ernten, ne? Das können wir tun, wir treten. Manuelle Felder noch, von mir. Wir sollten hier auch ein paar Möhren hinpflanzen. Machen wir mal. So, Rest ist dann Getreide, hopp. So, hier ist alles schon bewässert, packen die Felder nicht sofort aus, ne? So. Das ist der Scheiß. Das ist wirklich ein Problem, das wird dann getrenntet. So. 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 So, das ist wohl eine Straße. Wir sehen hier wohl die Kisse. Haben wir da, Sand. Ja, können wir hier rein. So. Was haben da irgendwie nur Eier denn eigentlich? Ich jetzt nur voll. Ich mach mal das Fleisch hier raus. Und hier flupflupflupflupflupflupflupflupflup. Krasser Scheiß. Das können wir hier mal rausbacken. Das können wir hier mal rausbacken. Die Getreide können wir hier so nicht mitnehmen. Die Flasche ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht mitzunehmen. Baumaterial legen wir auch ab. Hm. Obst volle, glaub's ja? So. Das brauchen wir noch. Okay, die Schere. Die brauchen wir gleich auch noch mal. Die Schere. Das brauchen wir auch auf jeden Fall. Das Brot lassen wir hier. Und nimm dafür hier jetzt beteiligt. Hm. So. Ich hoffe, ich kriege das erste am besten. Aber nicht so viele. So. Die Feder noch raus. So. Oh, schon wieder dunkel. Hallo. Hallo, wer wisst. Die Feder lassen wir hier. Die wollte ich jetzt nicht mitnehmen. So. Schnell mal schlafen gehen. Schnell ins Bett. Hier nicht. Hier war's Bett. Hier war's Bett. Gute Nacht. So. Okay. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen Wolle enten. So. Gut. Vielleicht können wir ja Brot zählen. Haben wir hier. So. Kommen wir raus. Und tun es mal wieder rein. So. Schwupp. Schwupp. Hat der schon da auch hier schon. Da habe ich Fleisch nämlich hinweg. So. Lassen wir. So. Haben wir auf den Ofen noch irgendwas zum verheizen. Warte. Hat man nicht irgendwo hier so alte Steps drin gehabt? Einfach nicht hier, ne? Hm. Schade. Was auch noch nicht verheizen. Doof. Irgendwie. Wir haben ja nix Kohle mehr. Äh. Müsste ich zurück ins Haus. Na gut. Lassen wir es. Egal. Mir geht noch ein bisschen voller. Jetzt. So. Schlipp. 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 hatte ich hier das hin das war's okay ja dann war es das soweit wir haben auch genug gemacht dann gehen wir wieder in der fahrt Es ist ein Schiff. Wo ist das? Hoffentlich kommt es wieder wohl an. Es reicht, hoffentlich. Es reicht, es ist ein Rollhaus gebaut. Da sind wir schon wieder gefahren. Ja, wir haben hier auch. Nein, nein. Das ist auch ein Schiff. Was ist das? Ah. So. So. Oh, die gewachte Mannschaft. Oh, Mann. Machst du jetzt mal Ruhe? Oh, ich schlafe. Schöner Ja, der Zunge ist schon schneller. Das ist der Art, ob ich nicht wiese. Das ist der Art, ob ich nicht wiese. Das ist noch ein bisschen. Das hat sich wieder geblieben. Ich zeige dir auch, dass ich auf jeden Fall hier. So, da brauche ich eigentlich nur hier rüber fahren, eine der beiden gleiche war das. Wo führt der hier hin, Quatsblock, Baumdorf, Fächergleis war jetzt der richtige, nein ich muss noch rechtzeitig aussteigen, da müssen wir beide gehen eigentlich, hoffe ich, fangen wir einfach mal los, guck mal, ist ja nur rüber auf die andere Seite. So, ich weiß nicht, dass wir hier diese Puten auch höher setzen, dass man hier theoretisch mit flachen Tüten gefahren kann, oder ist das? Da kommt ja eigentlich in die ehemalige Zwischenstation mal, die sollen wir jetzt anhalten, dann schalten wir aus. So, so, zack, ausgestiegen und dann können wir hier wieder hingehen und liefern die Wolle ab. So, wo fangen wir denn die Wolle ab? Kratzblöcke, 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 sind da viele Kratzblöcke hier. Achso, jolololala, lass mir ein bisschen was für ein bisschen hier. So, aber, haben wir noch kein Holz um die Kiste zu stellen, ne? Welche Holz für eine Kiste? Nö, hat er auch nicht. Hat er auch nicht. So, hat er da stehen. Wo hat er sein Bett? Oder vielleicht eine Kiste? Äh, die hat hier leider keine Kiste. Hm. Du, 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 du. Bedrohliche Musik. Dann hat er unten, glaub ich, unten hat er nochmal Lager gehabt, oder? Ich meine, ja, was ist da drüben? Dann geht's auch nur runter. Genau, hier ist aber nix. Ah, nicht, unten hat er irgendwo ein Lagerraum. Ne, das ist noch nicht. Schnell ist der hier, aber der ist noch nicht. Hm, war nicht irgendwo. Blem, blem. Ja, aber nicht. Das ist der Lagerraum, da ist auch noch nix. Hätte ich irgendwo noch eine tolle Kiste gehabt? Ah, ich werde da langsam komplett wahnsinnig. Hat er nur diese einzelne Kiste gehabt? Hat er nicht noch mehr Kisten gehabt? Hat er die woanders hin verfrachtet? Da kriegt die ganze Wolle nicht rein in diese Kiste. Ah, da oben sind Öfen. Da hat er die Kisten? Ja. Hier ist die große Kiste, genau. Hier schlopfen wir jetzt die ganze Wolle rein. Ich sollte jetzt mal ihn hier durcheinander. Hier auch noch so. So. Alles klar. Und dann tun wir die Wolle rein. Hier und in der Wolle. 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 Und dann tun wir auch die bunte Wolle rein. So. So. Ich denke, das dürfte ihm weiterhelfen. Was ich ziehen wolle, nehmen wir mal mit ins Unterwasserdorfchen. Alles klar. Haben wir. Kartoffeln und Möhren habe ich ihn ja da gelassen. Die Mohnen auch. Das reicht aus. Das reicht wirklich aus. Jo. Wo war das Getreide hier, oder? Da kann sich selber Getreide anfassen. Gut. Hier brauche ich das auch nicht mitnehmen. Ah. In den Ofen. Hey. Kann man mal schnell grillen. Höhlen auf die Krosten. Aber das Getreide doch hier. So. Aber es dauert ein bisschen. Ja. Ein bisschen Fleisch haben wir auch mitgeerntet. Hier auch gleich mal so. Ein paar Pilze haben wir. Oh ja. Was ist voll jetzt hier? Was ist voll mit? So haben wir hier die ganze Nahrungsgeschichte auf der Seite jetzt auch. Warten wir noch ein bisschen das Huhn ab. Aber das mache ich nicht bei euch. Ähm. Ich brauche mit euch nicht zurückfahren. Das müsst ihr nicht dabei sein. Ja. Dann verabschiede ich mich. Und wir sehen uns dann. Was nicht. In 1, 2, 3, 4 Wochen. Keine Ahnung. Bis dann. Ciao. Euer Jockel. So. weil ja auch,